Ich bin wie Jesus, nur anders. Ein Zimmermann, wo er 2000 Jahre gelebt hat. Eine Spinne ist ausgebüxt hier draußen. Ausgebüxt. Du findest das gut, ne? Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht warum, aber... Eine Spinne ist ausgebüxt. Es ist so wie meine Holdemite, so was sagt heutzutage keiner mehr. Ausgebüxt, Ralf. Töte sie doch einfach. Weiß ich nicht, es ist so. Ah, Katzen im Weg. Pack die Katzen woanders hin. Sie gehen doch schon allein dahin, guckt auch hin. Ach ja. Mit dieser schönen Chitin-Farm. Ich geh rein, lass mich rein. Und wer macht die Katzen leer? Der ist ein Blit-Frax. Wah, wah, wah. Ja, da musst du wohl doch noch was hinbauen. Auf jeden Fall funktioniert das und es ist geil und die ganzen Viecher können einfach so leveln dadurch und, äh... Arschgeleckt. Schnell weg hier. Ah, hör auf mich zu toporisieren. Ah, 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 was geht hier ab? Ah. Die Katzen kommen gar nicht hinterher. Wir brauchen mehr. Ja, ab, ab. Katzen, Tame. Verkauf mir ein bisschen Chimentfass, äh, ein bisschen Schitin. Ey, Rasti. Ja? Willst du es kaufen? Lass mich raus, lass mich raus. Jetzt müssen wir nur überdachen. Dann lassen wir das die ganze Nacht durchlaufen. Ja, aber die Katzen können sich ja irgendwann nicht mehr bewegen, das ist das Problem. Ja, die Stämme, äh, und, äh, ja, die Stämme jetzt richtig. Ja, die Stämme, alle. Ja, klar. Mach mal, Sam, ähnlich mal was nützliches.